Echo the Dolphin. Ich erinnere mich noch genau wie groß der Hype damals um das Spiel war. Es sah einfach nur fantastisch aus und vielerorts wurde vor dem Gameplay geschwärmt. Immerhin ist es auch relativ ungewöhnlich. Ein Delphin als Held? Wie soll sich das denn spielen? Schau mir es uns mal an. Was taugt Echo the Dolphin für den Game Gear heute noch? Das Spiel wurde von Nova Trade entwickelt und 1994 von Sega selbst weltweit für das System veröffentlicht. In den Game Gear erschien natürlich auch auf den Sega Konsolen der Zeit und sogar 1996 für Windows PCs. In der heutigen Zeit ist es auf iOS und im 3DS eShop erhältlich. Ihr seid Echo und die Friedlichen eurer Bucht herum. Plötzlich werden alle Meeresbewohner aufgesaugt und verschwinden. Eure Aufgabe ist es nun natürlich das Mysterium aufzuklären und die vermissten Bewohner zu retten. Wie schon gesagt spielt ihr einen Delphin und der springt natürlich nicht über Plattformen oder ähnliches. Der schwimmt im Wasser herum und genau das tut ihr auch im Kern. Gegner könnt ihr mit einem Dash erledigen und ihr könnt eine Schallwelle aussenden. Es gibt aber ein Kernproblem, dass euch das ganze Spiel begleiten wird. Ihr seid ein Delphin und kein Fisch und deswegen müsst ihr ab und zu an die Oberfläche um eure Luftvorrat aufzufüllen. Eure Luftanzeige unter eurer Lebensanzeige solltet ihr also immer bei den ausgiebigen Taucherkundungen im Auge behalten. Sonst verliert ihr schnell ein Leben und das bedeutet immer, dass ihr das Level neu starten müsst. Außerdem könnt ihr per Knopfdruck schneller schwimmen. Jedoch ist das nicht gleich auf Anhieb so, sondern ihr nehmt erst einmal Anlauf. Ok, so weit, so gut. Was macht ihr also jetzt in dem Spiel außer rumschwimmen und Gegner kaputt stubsen? Ihr löst Rätsel und erforscht den richtigen Weg durch die Unterwasser-Kavern. Meistens ist es eure Hauptaufgabe erst einmal herauszufinden was ihr überhaupt tun sollt. Da hilft es oft die Kristalle zu finden. Wenn ihr diese mit euren Sonar behakt bekommt ihr Tipps. Meistens müsst ihr dann lose Steinbrocken bewegen und so weiter. Lasst euch aber nicht von der süßen Optik täuschen. Das Spiel ist recht knifflig und nicht so einfach zu meistern. Jedoch bekommt ihr nach jedem geschafften Level ein Passwort und müsst das Spiel so zum Glück nicht an einem Stück durchziehen. Euch wird nämlich einiges an Inhalt geboten und ihr solltet mit Echo länger beschäftigt sein. Das Spiel wurde echt wunderbar auf die Verhältnisse des Game Gears angepasst. Natürlich erwartet euch hier nicht die grafische Opulenz des großen Bruders. Aber der Stil passt und alles scrollt jederzeit flüssig. Die Animationen sind sehr schön anzusehen. Auch der Sound braucht sich nicht zu verstecken. Die begleitende Musik schafft eine sehr schöne passende Atmosphäre und auch die Soundeffekte sind gut gelungen. Technisch schafft das Spiel auf jeden Fall den Sprung auf den Handheld sehr gut. Was taugt Echo the Dolphin für den Game Gear also heute noch? Das Spiel wurde sehr gut auf das System portiert. Auch dort macht es Spaß und leistet sich keine groben Schnitzer. Das Spiel ist mal etwas angenehm anderes und keiner dieser Standard-Plattformen. Die 16-Bit-Version ist natürlich noch besser, aber auch mit der Game Gear-Version macht ihr nichts falsch. Das Spiel gehört in jede Sammlung des Systems. Das war der Test zu Echo the Dolphin für den Game Gear. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr was zu tun ist und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. MachtS gut. Tschööö.